Da weiß ich, ich wollte ja immer mal sagen, beim Applaus, ja? Da schaust du einfach, du schaust so rein, das ist nicht der Situation angemessen, dass da unten gerade mehrere hundert Menschen dir applaudieren und dir ihr Herz ausreißen, dir auf die Bühne werfen, ja aus Dankbarkeit. Und du schaust einfach so, wie du schaust. Wieso schaue ich denn? Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich zeig's dir, ja? Schau, schau, wie du schaust. So schaust du. Das ist kein Applausgesicht. Das ist ja, das ist ein Applausgesicht. Oder Variante 2. Machst du dann heute mal Variante 2? Sprechunterricht ist auch gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht so, wie du schaust. Was best�.